Was bedeutet Loslassen? Loslassen bedeutet, sein Leben neu orientieren. Die Zukunft planen, ohne sich an die Vergangenheit klammern. Die Momente genießen, die man gerade erlebt. Loslassen bedeutet auch, Gefühle, die kommen, an sich lassen und akzeptieren. Es bedeutet, etwas wagen, wovor man Angst hat. Loslassen bedeutet, vergessen können, was einen ärgert, egal wie schlimm es ist. Der Kopf darf Loslassen lernen, damit die Seele wieder atmen kann. Wir denken, es ist Stärke, sich an etwas festhalten zu wollen. Jedoch es ist das Loslassen, welches die wahre Stärke zeigt.